Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ich schaue sie mir noch einmal an. Und jetzt mache ich das Foto. Und ich wurde von Xbox Live getrennt. Wie schade. Das ist nicht das Ende? Warum ist das nicht das Ende? Da ist eine Bank. Ich will jetzt raus. Ist da ein Hinterleuchtturm neben mir? Das sollte doch das Ende sein. Also von dem hier. Made in Taiwan. Ich sitze in einer Schneekugel. Dachte ich mir. Eichhörnchen. Ich will das nicht nochmal sehen. Lass mich doch bitte... Hallo. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Was Max? We're going to work at the Two-Win. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us to be. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college, Boggs? Keys, please. Das ist richtig gut. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Aha. You can't hide from me forever. Now lock up after everything. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine date. Hey, Max, would you say hi to Chloe and Joyce? Don't forget to remind me that you let me die. Oh, God. Ich hab so Angst. Oh, God. Was ist hier los? How long will this nightmare go on? I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber. But not Max. Max is a fucking child. Oh, Christ. I know. And she never shuts up. Does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Let's prove it. Let's prove it. Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. I guess she's not as innocent as she acts. Warren. Was? Nein! Okay, jetzt wird's, jetzt wird's grausam. Okay, das wird mir beendet. Ich glaube nicht. Ich guck nicht hin. Ich guck euch gar nicht an. Ich guck euch gar nicht an. In keiner Realität. Okay, das ist jetzt schwer und schlussig. Was? Der hat's wahrscheinlich gar nicht mal so unrecht mit. Jetzt langsam drehe ich ihn ein bisschen durch. Keine Ahnung. Witzig. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Sehe ich irgendwas, wenn ich in den Spiegel gucke? Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich tatsächlich gar keinen Code. Ich würde nur was ausprobieren. Ähm, ja. Wie finde ich den letzten Code? Ich habe keine Ahnung. Ah, Gott, ist das gruselig. Hell fucking holy. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, ich probiere jetzt einfach mal eine aus. Sechs, fünf, zwei, eins. Sechs. Fünf. Zwei. Eins. Tja. Why? Das doesn't surprise me. Da muss doch nur irgendwas sein. Okay, konzentrier dich, konzentrier dich. Irgendwas muss hier herausstechen. Vielleicht muss ich auch noch ein paar ausprobieren und irgendwann... Ich probiere es einfach nochmal acht. Acht. Zwei. Zwei. Das ist auch nicht. Gut, das hat sich auch nichts verändert. Ne, die ist... Die gefällt mir nicht. Vier, drei, null, acht. Vier... Drei... Null... Acht. Auch nicht. Hm. Das frage ich mich halt auch. Hm. Die da ist eingekringelt. Das ist also bestimmt... Oh, die ist auch eingekringelt. Also es hat irgendwas mit dem... Im Spiegel auf sich. Aber ich kann doch nicht... Wow. 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 Ein... Naja, wie rum jetzt? 0, 3, 1, 1. Ich hab grad meinen Kopf verschoben. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. 0, 3, 1, 1. I'm a fucking genius. Beziehungsweise ich kann einfach nur ordentlich in den Spiegel gucken. Oh, bitte lass das jetzt vorbei sein. Ja, klar. Was? Was? Ich hab versucht zu helfen. Ich hab versucht zu helfen. Ich wollte nur das richtige Ding machen. Nein, du wolltest nur populär sein. Nein, du wolltest nur populär sein. Das stimmt nicht. Und als du diese unglaublichen Kräfte bekommst. Dein großer Plan war, die Menschen zu trinken und zu denken, dass du einen Ratsass geben würdest. Ich bin, du solltest, dass du einen Ratsass geben würdest. Ich bin, du solltest, dass du einen Ratsass geben würdest. Ich habe ein Ratsass geben. Bin, du solltest, dass du eine Offen, instattet ... ... weil nicht zufrieden mythology�� was about the crap that was your fault wait wait let me guess you fucked up time and space for your precious punk chloe you think she's worth all that we all are this isn't about chloe or even me anymore gosh you're so selfless now mahatma max it's too bad you pissed your power away on high school drama chloe does a better job of guilt tripping me than you do because you let her bully you it's called stockholm syndrome but you didn't do that homework so you'll have to learn the hard way like rachel just shut up you're not scaring me anymore i'd be more worried about chloe killing us than jefferson max do you really think she has any feelings for us you're just another puppet man you are so stupid i'm embarrassed to have the same name and someday chloe will destroy oh hell speak of a devil dude do not even fuck with her head she knows what we went through together this week and you don't there's no way you can break up our team this is reality after five years you're still max caulfield i am seriously glad to see you welcome home max fasten your seatbelt i know it was your birthday last month this was my real father's camera i want you to have it yes of course it's cool thank you this camera is so sweet now that we get that mushy shit out of the way i feel like stage diving let's thrash this place yep yep i'm fucking insane in the brain let's dance shake that bony white ass or take my picture with your new camera this song fucking rules can't dance hippie come on rock out girl i uh know it was your birthday last month this was my real father's camera i want you to have it yes you were here today max you saved me i'm still tripping on that seeing you after all these years feels like destiny if this is destiny i hope we can find rachel i miss her max what the hell is this snowflakes or a storm is coming max start from the beginning tell me everything let's talk about your super power epic i pledge allegiance to max and the power for which she stands you can rewind time max that's fucking insane we have to play you need a sidekick to guide you okay girl wonder show me the way to chloe's cave welcome to american rust my home away from hell raw and rough it suits you max do you know how awesome this is i get my best friend back and she's also super size i don't feel so super uh max here um let me help you find a place to chill you freaked me out there do you feel any better now oh my god you saved me again crazy now we're totally bonded for life since you're the mysterious superhero i'll be your faithful chauffeur and companion my powers might not last chloe that's okay we will forever i'm so glad you're my partner in crime as long as you're my partner in time i might get on the other side of that door before you lupin the race is on see you soon welcome to my domain you are magic i have no clue how the hell you got in there but you did it sister max you better come check out these files it's not a drawing look rachel in the dark room rachel in the dark room over and over that's it no you are not taking the cozy chair max do your powers include mind reading or did you just rewind because i tried to steal the chair shit i'm confused it's the powers of best friendship i know how you roll uh... uh... cowabung cowabunga why look an otter in my water your power is changing everything max especially you i can already tell you're not so chicken shit anymore thanks girlfriend and you make me feel like i have a reason for still being in arcadia bay let's call it a draw i'm gonna freeze my ass off when i get out you look cute with your hair soaked in chemicals hide hide you can't go back to your dorm now you're a blackwell fugitive crash at my place tonight photo bomb photo hog it feels like a different world from yesterday we left a skid mark on blackwell last night i wish we could just hang out all morning like we used to maybe we should get up i have to get back to blackwell soon i double dare you kiss me now damn you're hardcore max now i can text warren and tell him he doesn't stand a chance unless he's into girl-on-girl action you're such a dork oh we could cruise everywhere in this bad boy can you see us heading down the coast of big sur and beyond i know just daydreaming that makes me ill that rachel posed like this for frank i wrote him love putters i can't believe she was banging frank rachel straight up lied to my face why didn't she say anything because she knew how you would react and she wasn't much of a friend huh just another person who shits all over me why does everybody in my life let me down my dad gets killed you bail on me for years my mother gloms on the step fucker now rachel betrays me not until i see it first you know the rules dad dude i am so lucky that my father is cool max you are being so fucking strange you feel okay chloe i am awesome it's weird hanging out with you again i know i'm glad we are though look the worst thing you can do is treat me like a baby i still want to laugh and talk shit with my best friend can we stop this is seriously the best view of the sunset what do photographers call that the golden hour wow awesome picture we look so badass in our pirate gear we should have taken over arcadia babe when we had the chance listen max my respiratory system is failing and and it's only getting worse i've heard the doctors talking about it when they thought i was zonked out so i know i'm just putting off the inevitable while my parents suffer along and i will too this isn't how i want things to end what what are you saying i'm saying that being with you again has been so special i just wanted to feel like when we were kids running around arcadia bay and everything was possible and you made me feel that way today i want this time with you to be my last memory you understand chloe you're back i'm just i'm just i'm so glad you're here you sound high but thanks for the morning grope since we were up all night playing csi arcadia bay i was still spaced out here trying to put all this info together kate wasn't the first all those binders are filled with other victims victoria has to be next nathan must be planning to dose her tonight at the vortex club party rachel this can't be real these are all these are all post shots right right the junkyard max we have to find that spot now then we can see what he did there's no way she's dead no way she posed for those pictures max i know it i know it please let's go rachel no rachel no no please not her chloe rachel why i'm sorry chloe i'm so sorry i loved her so much how can she be dead what kind of world does this who does this come on max we're almost there what now god people what is this wow max 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 can you hear me please say something chloe i i must have passed out oh thank god don't you ever do that again okay i swear but that nightmare was so real it was so horrible this is my storm i caused this i caused all of this i changed fate and destiny so much that i actually did alter the course of everything and all i really created was just death and destruction fuck all that okay you were given a power you didn't ask for it and you saved me which had to happen all of this did except for what happened to rachel but without your power we wouldn't have found her okay so you're not the goddamn time master but you're maxine caulfield and you're amazing max this is the only way i feel like i took the shot a thousand years ago you you could use that photo to change everything right back to when you took that picture all that would take is for me to to fuck that no no way you are my number one priority now you are all that matters to me i know you prove that over and over again even though i don't deserve it i'm so selfish not like my mom look what she had to give up and live through and she did she deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner even my my step father deserves her alive there's so many more people in arcadia bay who should live way more than me don't say that i won't trade you you're not trading me maybe you've just been delaying my real destiny look at how many times i've almost died or actually died around you look at what's happened in arcadia bay ever since you first saved me i know i've been selfish but for once i think i should accept my fate our fate oh we max you finally came back to me this week and you did nothing but show me your love and friendship you made me smile and laugh like i haven't done in years wherever i end up after this in whatever reality all those moments between us were real and they'll always be ours no matter what you choose i know you'll make the right decision chloe i can't make this choice no max you're the only one who can sacrifice arcadia bay i can't i oh god sie hätte von anfang an sterben müssen ich mein sie hat recht wie oft haben wir sie auch danach gerettet es ist sie soll sterben warum auch immer aber es tut mir so leid es tut mir so leid max it's time chloe i'm so so sorry i i don't want to do this i know max but we have to we have to save everybody okay and you'll make those fuckers pay for what they did to rachel okay das kam jetzt unerwartet i'll always love you now get out of here please do it before i freak and max caulfield don't you forget about me never 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf jeden Fall. Lässt sich gar nicht drüber streiten. Es ist natürlich auch traurig, weil halt Chloe und so, aber es ist im Großen und Ganzen das Richtige. Ich habe das erste Mal, sagen wir so, ich habe das erste Mal in diesem kompletten Spiel das Gefühl gehabt, die wirklich richtige Entscheidung getroffen zu haben. Crazy theories. Crazy theories has failed because of the falling... Ach, komm. Habe ich jetzt nicht... Okay, Leute. Wie schnell geht das? Ich würde mich gerne mit Xbox Live verbinden. Kann ich das hier direkt drinnen? Ja, mein Xbox Live-Name ist Poison Sally. Und das Bild ist auch so ein bisschen veraltet. Das sollte ich vielleicht auch mal aktualisieren. Aber das interessiert eh keinen, weil ich eigentlich auch nie online zocke. Von daher. Ah, sehr gut. Ich dachte, ich muss dafür erst aus dem Spiel raus. Heißt das, ähm, Refresh? Okay. Ist das jetzt alles? Okay, das ist noch Darkroom. Aber die hatten wir das letzte Mal, glaube ich, aber auch nicht. Da war nämlich auch, okay, ähm... Wer war denn Blue Jay? Siehste, weiß ich schon gar nicht mehr. Wer didn't disturb the birds' nest? Ja gut, okay. Das ist ja jetzt alles zu alt. David got a scare during the fight. David didn't get a scare. Scar. Scar during the fight. Okay, das haben wir aber auch noch 4% geschafft. Gut. Machen wir keine Gedanken. Ich weiß nicht, wie ich... Das war eh schon so ein höllischer Akt. Ähm, David killed Jefferson. Oh. Oh, das ist ja fast die Hälfte. Das ist ja interessant. Also da ist es ja unfassbar ausgewogen. Aber trotzdem immer noch die Mehrheit hat gesagt, hier die Wahrheit. Chloe ist tot. Hielt ich auch immer noch für das Richtige. You saved the trucker. You didn't save the trucker. Den hab ich gar nicht gesehen. Oh, das war während des Sturms. Das war während des Sturms. Oh, das war mir alles auch zu viel. Okay, you saved Evan. Mann, das hab ich noch mitbekommen. You saved Alyssa. Das hab ich auch. Man hätte den Fischermann retten können. Ja, aber ich... Ich war in dem Moment so gedanklich. Okay, ich will jetzt hier weiter. Komm. Ich möchte da jetzt rein. Das war dann... Mir dann ehrlich gesagt auch egal. Und im Endeffekt hatte ich überlebt. Weil ich ja alles wieder zurückgetreten habe. Also der Fischermann lebt. Und der Trucker auch. Just saying. You helped Joyce believe in David again. You didn't change Joyce's mind about David. 65% haben nicht mit dir darüber geredet, David wieder zurückzunehmen. Alter Leute, der hat uns gerettet. Böse Menschen. Vielleicht haben die auch einfach nicht mit Joyce geredet. Aber für mich war das selbstverständlich. Der Typ hat mich gerettet. Der ist im Grunde genommen echt ein guter Kerl, der halt ein paar Problemchen hat. Aber die haben wir halt einfach mal alle. You told the truth about Rachel to Frank. You didn't tell the truth. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, noch die Mehrheit hat die Wahrheit gesagt. Die dich auch... You kissed Warren. 72% haben Warren geküsst. Sehr gut. Ne, das ist Crystallized. Wo war denn jetzt... Preview. Was ist das? Ne. Hä? Wo ist denn? Die Entscheidung zwischen Acadia Bay und... Achso, ich glaube dafür... Okay, ich gehe nochmal zurück. Einen Moment bitte. Das war Darkroom. Ah, hier. You decided to sacrifice Acadia Bay... Oh, oh, oh. Das ist ja auch krass. 47%, also fast die Hälfte, haben Acadia Bay geopfert. Okay, ich... Okay, immerhin. Ey, ich dachte echt, ich bin so in der Minderheit, weil alle Chloe-Liebhaber gesagt haben, ja, scheiße, verkehrt die Hälfte, die Hälfte, die Chloe liebt, aber ich bin ja echt tatsächlich noch in der Mehrheit. Also, gerade so. Aber crazy. Ah ja. Krass, also groß und ganz bin ich mit meinen Entscheidungen zufrieden. Und das mit dem Trucker. Und wie gesagt, Trucker und Fisherman leben ja eh wieder. Weil ich hier alles zurückgedreht habe. Ich versuche mich da gerade rauszureden, falls es sich nicht merkt. Okay. Thank you for playing Life is Strange. Season 1. Share your reactions to Episode 5 using Life... Final. Okay, werde ich gleich ein Hashtag raushauen. Von wegen, ich habe Life is Strange durch und meine Seele weint. Ach, Leute. Komm, ich mag zurück ins... Ich kriege, ich genau, ich wollte die Gitarrenmusik. Hell. Was ein Spiel. Harte streckenweise Längen. Also jetzt auf das komplette Spiel, nicht auf dieser Episode. Harte streckenweise im Spiel Längen. Momente, wo ich mir dachte, äh. Wie mit dem Kuss vorhin. Aber im Großen und Ganzen, wow. Also sehr, ja, intensiv. Also selten, selten, also kann sich auf jeden Fall hundertprozentig mit einem Telltale-Spiel gleichstellen, was das Rüberbringen, beziehungsweise Erzeugen von Emotionen angeht. Also ich habe selten in einem Spiel so viel geweint wie in diesem. Ich glaube, ich habe tatsächlich, ich habe bei den Telltale-Spielen geweint, aber dann meistens nur an ein, zwei Stellen und die habe ich ja eigentlich in jeder Episode wegen irgendwas Neuem geweint. Und das, das muss man können. Und das können sie gut. Und es ist ja eigentlich auch, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, von wegen der zweite Season schon in Planung, was mich nicht überrascht bei dem Erfolg. Und die werde ich dann höchstwahrscheinlich ausspielen. Aber jetzt muss ich erst mal das sacken lassen, ihr wahrscheinlich auch. Wow. Im Januar oder im Februar haben wir damit angefangen, ne. Und jetzt im Oktober. Hätten wir uns eigentlich alles sparen können. Sind wir sowieso wieder mit dem Anfangspunkt rausgekommen. Nein, so sehen wir das nicht. Es war ein grandioses Spiel. Es war ein grandioses Erlebnis für mich und hoffentlich auch für euch. Ich meine, es ist eine lange Pause. Von, vom Leben. Das hört sich falsch an. Ich, ich, ja, ihr wisst Bescheid, ne. Leute, das war Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ernst, ernsthaft, aufrichtig hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß und Leid und Schmerz und Wut erlebt habt wie ich. Und von daher, ja, hoffe ich, wir sehen uns irgendwo anders wieder. Irgendeinen anderen Let's Play? Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, ich bin jetzt, ich bin jetzt erstmal raus. Alles klar, Leute, dann. Oh, jetzt werde ich wehmütig. Standards, als wenn ich ein Spiel durchgespielt habe und gerade hier ist es. Hoffentlich irgendwie, irgendwo und ganz besonders irgendwann. Bis dahin. Mal. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020